Drei, zwei, eins und Abfahrt! Ah, oh mein Gott! Junge, fährt! Was? Hä? www.scheißboxer.shop Jetzt erhältlich Die Scheißboxerbox Erhältlich ab dem 1.10.2019 Um 15.15 Uhr Ey, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen beim Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge... Brawl Stars Google! Haben jetzt alle gebrüht oder möchten nochmal jemanden? 3, 2, 1, könnt ihr nochmal. Also, 3, 2, 1 und... Hi! Kevin, was geht? Na? Kannst du deine Mutter mal ins Bild holen? Ey, das ist gerade beim Sport. Okay, perfekt. Ja, Leute, ihr hört es, ich habe wieder hier die üblichen Verdächtigen am Start und ja, heute gibt es wieder eine richtig flösche Folge, also ich muss sagen, ich feiere dieses Format unnormal, auch weil ich heute mega Boxen öffnen durfte, weil ich habe ja letzte Folge mit Puki wieder so hart rasiert und die letzte Folge, also gestern haben wir auch wieder hart rasiert, vorgestern sowieso. Warum rasieren wir eigentlich noch, ich meine, wir gewinnen ja eh immer. Willst du nicht nochmal kurz die Regeln erklären, Marvin? Leute, ich erkläre ich das jetzt, die halten jetzt mal ihr Maul so. Ja, okay, ich habe die letzte Woche gewonnen und jetzt darf ich heute 10 Mega Boxen öffnen und der Rest darf leider nur 5 öffnen oder 3. Ich durfte auch 10 öffnen. Ja, du darfst es auch. Weil ich in deinem Team bin oder hast du schon vergessen? Du hast recht, du bist in meinem Team gewesen. Gewege, was? Leute, in der Woche 30 ist soweit, da darf das Gewinnerteam, darf 5 große Boxen ziehen und das Verliererteam darf nur 3 öffnen und was dazu kommt, Leute, in diesem Video ist ja auch die Shelly gesperrt, die ist in der nächsten Woche auch gesperrt, also nicht wunder, Leute und wenn die jemand spielt, dann gibt es minus 100 Punkte, also ihr wisst Bescheid. Wollen wir nicht mal spielen, wir können es eh leisten, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Nicht Spaß, das war ein bisschen lost, okay. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt, die Mega Boxen zu öffnen, Leute, erste Mega Box, 10 Stück, 3, 2, 1 und go! 5. Na gut. Das Ding ist, ich kann ja jetzt hier auch erzählen, was ich will, weil die anderen ist sowieso nicht sehen können, außer der Puky, aber der macht kein Auge und der sagt sowieso nichts. Der kann es auch nicht sehen. Doch, ich kann aber auf so ein Profil gucken. Alle Leute, so. Und? 5. Ah, verdammt. Ja, mit Marvin, du musst jetzt mal was richtig Gutes ziehen, wir brauchen ein Profil. Ja, was soll ich denn tun, wir können ja ganz kurz nochmal in den Shop, wollte ich gerade sagen, da können wir auch mal kurz reingucken, da können wir leider keine Broller kaufen. Leute, 5 verbleibende Gegenstände sind schon gut. Ich habe, ich habe 8 Broller leider nur, ich brauche dringend neue, deswegen, let's go, nächste Mega Box, dann haben wir noch 7 Stück und 6. Okay, Leute. Ja, Mann. Oh mein Gott, der spoilert immer, aber wir haben, alles klar, wahrscheinlich, oh mein Gott, Alter, das ist ja richtig krass. Leute, ihr habt es gesehen, wir haben einfach mal Kuo gezogen. Alles klar. Ja, wahrscheinlich, ich will das nicht reagieren. Also 10 Punkte schon mal, na, ist ja. Nächste Mega Box, 3, 2, 1 und 5. Komm, wir brauchen Punkte, Marvin. Auf geht's, Leute, wir brauchen keine 10 Mega Boxen, Monster. Ich hole die Energie gleich. Ja, Leute, da muss nichts, da muss nichts drin sein, weil Marvin. Poki, ziel und hau, da mach irgendwas. 3, 2, 1, ahhh. 5, das war falsch, du musst mehr losschreien. War das jetzt die 4te oder das noch die 5te? Das war die 5te, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Junge, du musst mitzählen. Ja, Kevin, du machst das immer. Ja, ich kann das nicht in die Facecam halten diesmal. Ja, okay, wir machen. Ich würde mal sagen, es sind jetzt 5, ja, dann hast du jetzt noch 5. Okay, Leute, jetzt geht's los. Jetzt beginnt das Opening erst richtig. 3, 2, 1 und 6. Easy, Leute. Okay, Leute, wir hoffen auf einen seltenen oder super seltenen. Digga, du musst jetzt mal einen legendären ziehen, wir brauchen hier Punkte. Oh mein Gott, Junge, Pam, die Großmutter. Ja, 30 Punkte, Digga. Das ist richtig gut, Digga, die können wir auch voll gut spielen in Showdown. Ja, ich weiß. Nice, Digga, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Okay, nächste Mega Box, seid ihr bereit, Jungs? Ja, aber sowas fahren. 3, 2, 1 und abfahrt. Achtung, oh mein Gott, Junge, was? Was? Hä? Ja, es ist Achtung, mein Gott. Lava nicht. Du lavarst, Junge, du lavarst. Niemals. Wahrscheinlich, Digga. Niemals. Niemals. Oh mein Gott, Marvin, Digga. 1.000.000.000 Likes auf dieses Video. Oh mein Gott. Hä? 1.000.000.000 Likes, Digga. Ey, Marvin, Marvin, verarscht uns gerade, komm, ey. Warte, Lukas, ich rufe dich Facecam an, okay? Junge, Junge. Ey, mach ein Bild und schick das in die Gruppe. Ja, mach ein Bild und schick in die Gruppe. Jungs, also, ich weiß gar nicht, ob es 18 sind. Ich bin einfach mal ausgerastet, weil ich denke, er lügt nicht. Aber, Digga, ist auch, ob du einfach 18 bist. Oh mein Gott, Lukas, was? Junge. Oh mein Gott, Marvin, jetzt haben wir uns gerade Punkte sammelt, Digga. Ich schwör auf alles, 100 Tonnen Likes auf dem Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehen Sie meinen Kanal, jetzt können wir die beste Pro machen. Kauft den Merch, will wir, wenn wir auch trotzdem um den Job. Ja, Leute, lasst einen Like da. Alter, ist auch du einfach abgezogen. Team Danita vorbei. Team Danita, ihr wisst bescheid. Oh mein Gott, Digga. Okay, ich würde sagen, ich öffne das jetzt erst mal. Drei, zwei, eins, wir gehen runter. Jetzt haben wir immer noch sieben, Digga. Digga, das ist so heftig. Oh mein Gott. Ja, was hattest du denn jetzt? Ich bin noch am scrollen. Wir haben jetzt sechs. Am scrollen. Am scrollen. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, Digga. Oh Mann. Okay, den ersten Waller ist einfach mal Rico. Oh Gott. Okay, der zweite ist... Oh, Pipa! Und der dritte ist... Oh mein Gott, Junge, was? 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 Junge! Junge! Ich bin letztendlich. Oh mein Gott, Digga! Was? Ja! Ja! Ist nicht so... Labe! Ihr Brawler gerade gestorben! Ja Junge! Was? Nein Digga! Nein Digga! Schickt Beweis! Testspiel Lobby, kommt alle rein ins Testspiel! Ich sage euch, ich lade euch ein! Oh mein Gott Digga! Ja genau! Sag den Code, sag den Code! Ich habe euch beiden Freundschaftsantrag geschickt, ihr müsst nur annehmen! Jaja, snag mich ein! Junge! Er hat nicht Crow und Leon gezogen! Marvin, mach bitte nicht stören weg, ich lade dich auch ein! Oh mein Gott! Er hat nicht Crow und Leon gezogen! Das ist nur ein Prank, den er vorher der Leuten erklärt hat! Oh mein Gott Digga! Das ist kein Prank! Was? 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 Du hast Rico, Pipa, Crow und Leon gezogen! Was? What the hell alter! Digga, das hätten auch neun sein können! Denk mal nach! Was? Wenn du fünfmal Powerpunkte bekommen hättest! Alter! Oh mein Gott! Was? Das ist ne Kiste immer Digga! Oh mein Gott! Die scheiß Boxerbox Leute! Erster Zehnter, ihr wisst ein Scheiß! Was? Oh mein Gott! Das kann es nicht sein! Die scheiß Boxerbox nochmal Leute! Gönnt sie euch unbedingt Leute! Was? Was? Ich glaub das gerade nicht, Alter! Ich glaub das gerade nicht, Alter! Oh mein Gott Leute! Ey, das ist ohne Witz! Das ist jetzt ohne Witz! Das ist die heftigste! Das ist die allerheftigste! Ich hab noch, ich hab auch auf der ganzen Welt keine krassere Mega Box gesehen! Ich auch nicht! Nein, gibt's auch glaube ich nicht! Gibt's überhaupt nicht, ne? Acht verbleibende Gegenstände! Zwei Legendeäre! Vier! Vier neue Brawler und zwei Legendeäre! What the? Alter! Oh mein Gott! 20.000 Likes auf dieses Video! Ne, 30.000 eigentlich sogar! Oh mein Gott! Ach du Scheiße, Leute! Das ist so heftig! Also ich... Sowas hab ich noch nicht gesehen! Teilt es mit euren Freunden! Zeigt denen das, dass das tatsächlich möglich ist, Digga! Vier neue Brawlers! Das hätten halt wirklich neun sein können! Alter! Weil wer acht ziehst du ja eigentlich nur drei neue! Das ist so heftig! Stell dir vor, da hätte ne neun gestanden! Alter! Neun von acht und zwei Legendeären! Einfach nur krass, Digga! Du weißt, wie viele Punkte das auch sind! Ja stimmt! Das gibt was... Erstmal müssen wir mit Punkte rechnen! Du hast hier... Also du hast genau... Barley, Pam, Rico, Pipa, Crow und Leon! Also insgesamt gibt das obendrauf auf unser Konto 290 Punkte, Digga! So Leute! Ich hab mich jetzt beruhigt! Grad frisch umgezogen! Den scheiß Boxer-Match, Leute! Die... Dieses First-T-Shirt kriegt ihr nur in der Box ab! Erst im Zehnten, Leute! Kauft den Bums leer! Wie der Clash-Stream jetzt sagen würde! Leute, ich hab's euch grad schon gezeigt! Hier ist sie übrigens nochmal! Die Crash-Box sind die ganzen Inhalten! Richtig geil, Leute! Gönnt ihr euch das unbedingt? Leute, ich glaub' das immer noch nicht! Ey, das ist so krass! So surreal, Alter! So was hat man noch nicht gesehen auf... Das ist so heftig! Und Digga, jetzt haben wir Dugo halt so... Also die Woche haben wir safe gewonnen! Das könnt' ihr gerne auch sagen! Lukas zieht jetzt noch drei Legende... Oh mein Gott! Dann schon aber! Aber ich darf hier noch drei Boxen öffnen, oder? Ja, drei Stück! Ja, sollte es noch sein! Okay, Leute! Vielleicht es ist jetzt noch weiter, Leute! Nächste Legabox! Ja, jetzt ist der nächste Legende! Zwei, eins und... SEX! Hahaha! Sollte ich schon wieder was leistet über dieses Lackensystem! Oh mein Gott! Und mal gucken, was wir ziehen! Wir ziehen! Okay, kann man mal machen! Tara! Hä?! Hä?! Junge! Und er sagt, okay, kann man mal machen! Tara! Hä, was?! Was? Lacken! Oh mein Gott! Digga, du hast wirklich Tara jetzt nochmal gezogen! Da hat sie wirklich gezogen! Ich seh's grad auf seinem Ziel! Oh! Ey Marvin! Ey Marvin! Nehmen wir meine Anfrage an! Ich will auch gucken! Nochmal 50 Punkte oben drauf, ne? Kack, Alter! Okay! Jetzt kommt er hier rein! Ach du Kack, Junge! Zieht da einfach Tara, alle! Aber ich darf noch zwei Boxen! Ja, Junge! Du hast schon, du hast so krasse Brawler, Digga! Wir haben so einen krassen Vorteil jetzt dadurch! Okay! Nächste Mega Box Leute! 3, 2, 1 und... 5! Leute, ist alles okay! Es macht gar nichts, Digga! Es ist egal, was jetzt noch passiert! Okay! Letzte Box, komm! Scheiß drauf, ey! Komm! 5 Wayne! Nice, Alter! Oh mein! Digga, du hast so viel Neues gezogen! Leon! Pam! Piper! Crow! Barley! Und Rico! Die hast du heute alle gezogen! Das sind sieben neue Brawler! In 10 Boxen! Junge! Und dann noch zwei Legendäre! Also so eine krasse Bilanz! Einfach nur heftig! Und jetzt kommen wir zu den Fights! Zu den Battles! Ich nehme den! Klasse! Soll ich hier bleiben? Soll ich bei den Brawler bleiben? Oh mein Gott! Klasse, Marvin! Nimm... Nimm... äh... D hier! Power 5! Power 5! Safe? Ja! Junge, das ist so krass! Ich komme immer noch nicht drauf klar! Also ich checke es! Ich denke gerade nur an diese 8 verbleibenden! Digga, ich kann das nicht glauben! Und ich räume davon, dass ich auch mal so eine Box bekomme! Digga, das ist zu krass! Da ist doch auch schon 8 verbleibenden! Ja, aber so mit zwei Legendären, Junge! Das ist nochmal was anderes! Und vier neue Brawler, Alter! Vor allem, weißt du, er dachte schon, dass Crow der Letzte ist oder so! Und dann kommt nochmal ein legendärer Digga! Das ist halt schon... Kann man machen! Ich glaube, bei neuen verbleibenden hätte Marvin Herzen... Komm! Ist so! Er schreit so! Neun ver... Komplett! Ich kack zum Fall ab! Von mir aus können wir starten! Seid ihr ready? Ja, Mann! Marvin drückt schon mal ready! Okay, 3... 2... 1... Go! Okay, Zeit läuft und los geht's! Marvin! Alter, sehr geil! Den ruhig runterspielen, weil ich glaube, wir haben diese Woche gewonnen! 2... 2... 2... 2... 2... 3... Wir haben mehr Pokale gesammelt haben als Lukas und Kevin. Ne, das geht nicht. Warum hab ich so abgehexten? Wir haben die Hälfte der Zeit irgendwie voll verkackt. Oh, abgelaufen. Auf die Scheißbox oder auch? Was hab ich da gehört? Ich hab dich schon so safe tot gesehen, Alter. Ja, Marvin, du weißt halt nicht, dass ich ein Pro-Player bin. Das hast du anscheinend vergessen. Okay, das heißt, wir haben, ja, wie schaust du einfach raus, 108 Punkte gesammelt. 134. 134, ja. Ja, ja, 134. Okay, 134. Geht doch, Glückwunsch. Genau. Aber Marvin, du hast auf jeden Fall, also du hast für unser Team allein mit deinem Brawling, glaube ich, 340 Punkte gesammelt. Aber warte, habt ihr jetzt wirklich auf Rear einmal Shelly gesammelt? Ja, ja. Und 100 werden abgezogen. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, oh mein Gott, ich will hier jetzt 25.000 Likes sehen. Ich würde sagen, das schaffen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo. Checkt die Jungs. Ich hab alles unten verlinkt. Die Waffe, ihr wisst Bescheid. Und jo, Jungs, habt ihr noch was zu sagen? Ehrenmann, ich küsse deine Augen. Abonniert mich. Ciao, ciao. 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 alanche